Eins für dich. Nee, danke, Mann. Ich werde heute einen Radler nehmen, wenn's geht. Ist alles okay bei dir? Ja, ich muss nur morgen... Was ist hier los? Er will Radler. Ist alles okay bei dir? Wir können auch so reden, wenn du willst. Was? Nein, ich muss doch einfach nur... Ich weiß gar nicht, was macht man in so einer Situation. Ich ruf mal seinen Bruder an. Yo. Yo, dein Bruder will Radler. Frag ihn mal, ob er Schmerzen in der Brust hat. Dann hast du Schmerzen in der Brust... Brustbereich. Ah ja, gute Idee. Was? Ich hab doch nichts am Herzen. Ich muss morgen einfach nur früh... Ich hab grad die Symptome gegoogelt. Das sieht eindeutig nach Herz aus. Du hast recht, wir haben's grad gegoogelt. Ach, Mann. Ja, Google übertreibt im Normalfall nie mit solchen Diagnosen. Jungs, ich ruf einen Notruf. Was wirst du machen? Was? Wen? Wisst ihr, wie teuer es ist, wenn man den einfach wegen nichts anruft? Notruf, hallo? Hi, ähm... Unser Kumpel trinkt Radler. Was? Wieso habt ihr nicht früher bescheiden? Sorry, war fahrlässig. Ey, sofort alle mal ausrücken! Da trinkt einer Radler!